Hallo meine Freunde, sind wir wieder hier mit deinem Let's Play Peppermars, bei dir gerne vor Millionen Teufel. Ich habe mir den Code halt immer aufgeschrieben. Die kann ich speichern. Super! Ähm. Scheiß drauf, ich mache jetzt noch eine Folge und dann ist gut. Ähm. Genau, ich wollte nachgucken, ob ich noch Schlüssel habe. Nö. Okay. Jetzt muss ich erst den Schlüssel finden. Laufe. Da ist der Schlüssel, ja. Hey. Komm her. Nee, nee, nee. Du nicht. Ich möchte nicht gegen diesen Chain Chump kämpfen. Ich möchte allgemein nicht gegen Chain Chumps kämpfen. Äh, ja. Genau. Ich liebe es übrigens immer, wenn die Schlüssel verschwinden. Das mag ich schon bei Zelda sehr gerne. Ja. Oh, ein Lebensplitz, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, lassen wir, ähm. So, dafür hier den anderen Lebensplitz, den hier den Doppelzorn. So. Geht das? Ja. Ah ja, hier brauche ich den. Den Code. Ähm, der muss dunkel bleiben. Der muss hell werden. Nee, nee, der... Verdammt, das war der Hammerschlag in die falsche Richtung. Mö. Nicht gut. Deine Treppe im Hintergrund. Warum? So. Die Fugt, dem ist gerade von so einem Kopf gefallen. Ah, ich komme auf dieses Spiel einfach nicht klar. Na ja, Barton ist ja verletzt. Da war ja was. Nein. Ah, nicht akzeptiert. Ah. Okay. Nimm dies. Wie gesagt, ich suche die nicht. So. Moment, ähm. Der Hell, der Hell und der Hell. So. Bingo. Yes. So. So läuft der ganze Schumann hier wieder. Das hätte man nicht unbedingt mit einem Schlüssel machen müssen, aber okay. Du. Das Einzige, was ich schön an der Musik aktuell eigentlich finde, ist, ähm... Vielleicht mal so nebenher einstehen, dass hier so ein bisschen was von den alten Poser-Schlüsseln hat. So aus dem Super Mario World. Wo die haben die gehabt, glaube ich, immer noch, ne? Äh. Äh, meine Frage ist, ist da oben noch irgendwas? Hallo. Da springe ich sogar hinterher. Tschüss, Sternenwind. Lebenspilze, ich will. Lebenspilze sind nämlich, äh, selten. Ich glaube, man kann die auch irgendwo kaufen. Ich hatte jetzt nur keine Lust, suchen zu gehen. Wo? Barbara, das ist sehr ungesund, wenn ich das mal anmerken darf. Sieht auf jeden Fall sehr ungesund aus, was die da immer treibt. So. Wollen wir doch mal schauen, ob ich endlich mal zum letzten Boss komme. Der Fuck, ey. Ja. Die Ecke sehe ich doch schon. Die Ecke sehe ich doch schon. gegen BPM. Die Höchstwerte. Nein. Äh. Äh. Perspektive, meine Damen und Herren. Perspektive. Äh. Ich dachte, da war einfach noch den Schatten. Eieieiei. Eieieiei. Was ist denn jetzt mal? Alter Schwede. Ist ja gut. Wir hatten schon fast alle Fähigkeiten. Schön. Jetzt mal hier muss ich hin. Hoffe ich. Ist hier unten. Äh. Nein. Gehen. Geh weg. Alter Schwede. Diese Fächer sind nervig. Das war luck. Jetzt probiere ich was. Was? Der Fuck. Geh er sie mal. Kann ich ihn vielleicht mit dem hier ein bisschen beeindrucken. Nö. Gar nicht. Ist klar. Ähm. Unfair. Unfair. Ich möchte natürlich jetzt keine Lebensplätze hier verballern. Würde mich gerne wieder bewähnen können. Danke. Ich möchte einmal kurz wenigstens die Fächer scannen. Ist ein Charme. Teil 5. Ich muss ein harter Brocken. Zu besiegen. Außer im Fingern. Ähm. Ergering. Ich hab fast gedacht. So ein. Bullshit. Mistviecher. Komm. Trifft auch. Ich hab schon Platz. Wo soll's jetzt auch hinüber sein? Hoffe ich. Danke. Mistviecher. Komm mal. Lebenspilzverballerdrecksdinger. Alter. Da werd ich jetzt aber nicht den Spielstabfett neu laden. Ähm. Ach. Ich muss wahrscheinlich mit Yoshi auch, ne? Was wir hatten, ist ja fit, ist fertig. Mit Yoshi. Wenn es Schläge noch geht. Deswegen sind die Treppen nämlich hier so klein. So. Äh. Hä? Ist das irgendwo gebraucht? Ach. Muss ich mit dem Flieger einfach weiterfliegen oder was? Okay. Da oben ist nix. Yay. What the fuck da oben? What the fuck? What the fuck? Wummes Zeug. Weg. Lass mich hier hoch. Ich bin ein Lebenspilz. Oder ich will weiter. Ich will weiter. Scheiß drauf. Ja. Ich ein Lebenspilz verschwindet hab wirklich. Das sieht nach. Jetzt ist ein Boss aus. Schaut fast aus. Wie heilen uns bitte mal voll. Ist das jetzt mir jetzt stört? Ich hab keine vollen Dingens. Das auch. Ja. Das hat aller Folge heilt. Okay. Einfach nur was ich kann. Du und... Schau mal was es gibt, ne? Guten Abend. Und du? Irgendwie gruselig hier. Wo sind wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Na, ha, 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 ha. Natürlich du. Seid gegrüßt, Mario. Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Das ist doch der Oberwass der Versions. Na, vollkommen korrekt. Man nennt mich Kursios. Der Einführer des Geheimbundes der Kursion. Und ich möchte euch hiermit mal zutiefst empfundenen Dank aussprechen. Ja. Wieso? Ist das nicht offensichtlich? Ihr habt, äh, für uns die Sternenjubel gesucht. Was? Was soll das heißen? Das Sternenjubel vom Mond? Kommt jetzt endlich die späte Einsicht, uns alle Sternenjubel von euch zu holen. Das schien uns viel zu umständlich zu sein. So haben wir euch das letzte Sternenjubel einfach überlassen. Und ihr habt für uns die Eile... Äh, das ist... Und ihr habt uns das Juwel untergeöffnet. Wir haben das Juwel absichtlich diesem unfähigen Krebser Kursilus... Äh, Kursilus... Anvertraut. Der hatte davon natürlich keine Ahnung. Es war also von Anfang an egal, wie der Kampf auf dem Mond ausgeht. Auf meine Pläne hatte das keinerlei Einfluss. Nun, eigentlich sollte euch das Schattentrio gefangen nehmen. Aber die Sniaken haben völlig versagt. Aber nun... Dann werde ich euch eben selbst den Chaos machen. Ja? Pass auf, Mario. Das scheint ein ganz fieser Geil zu sein. Ja. Sobald ich euch erledigt habe, ist der Weg zum Schatz frei. Und ich, Kursilus, werde der größte Herrscher aller Zeiten sein. Von dem lassen wir uns doch nicht einschüchtern. Ja, komm. Passt auf, es geht los. Extrem geile Musik. Yeah, das wagte meine Pläne zu durchkotzen. Wird liquidiert. Ich werde euch zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Ich kann nicht richtig lesen. So ein Scheiß. Doch die Schule doch nicht abgebrochen hat im dritten Jahr. Ah ja, okay. Er hat... So Dinger. Okay, einfach nur, weil ich es kann. Kursilus, danke. Das ist er, Kursilus, der Anführer der Kursilus. Dieser Kerl hat Peach entführt. Maximal, warum redet der komische Stimme? Maximal Kp 50, Einglosskraft 7, Alpertativen 1. Er schützt sich mit Kursitektoren und seine Verteilung zu halten. Außerdem flügt er über Feuerattacken und verschiedene Arten von Mankin. Besonders groß ist, finde ich, wie ernsthaft er sich gibt. Aber kümmere dich nicht darum. Was ich hier sage, mach den Kerl fertig und dann suchen wir ihn ab. Kein Ding. Ähm... Ja, probieren wir es. Komm. Okay, das macht keinen Schaden. Okay, der haut. Die Dinger greifen auch noch an. Okay. Ja, bitte. Ah. Das gefällt mir, meine Freunde. So. Wenn die mir jetzt hier keinen Lebenspilz verballert, holen wir mal lieber Barbara raus. Die kann mit ihrem Feuerzahler wenigstens, ähm... richtig viel Schaden machen. Mal das Schild entfernen. Dankeschön. So. Roms. Drecksack. Hat bei einem EP gewonnen. Ähm... Na super, das trifft ihn so direkt selbst. Das war falsch. Das macht aber kleinfertig sehr gut. Okay. Dumm. Ja. Ist gut. So. Das, 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 das. Und da habe ich einen Knopf verpasst. Schade. Ist so schlimm. So. Okay. Das kann man also steigern. Wie, äh, wie, jetzt habt ihr mir nichts alles Ärger bereitet. Aber jetzt reicht es mir. Ja. Und weiter. Und da kommt der 2. Dann komme ich mit der Strategie gut durch. Ähm... So. Ich nutze noch. Ne, den letzten habe ich nicht mehr erwischt. Verdammt. Oder da. So. Schade. Ich lasse nicht zu, dass ihr meine Pläne verhaltet. Wie gefällt euch das hier? Nein, 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 nein. Bloß das nicht. Also von Barbara scheinbar nicht. Das ist gut. Von Barbara nicht gestoppt ist. Das ist sehr gut. Ähm... So, 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 so. Koms. Und... Natürlich ist es auch noch eingefroren. Natürlich. Kann ich noch ein paar Mal machen, ne? Sehr schön. Roms. Na komm. Na, na warte. Ist deine Brille gerade beschädigt gewesen? Seine Brille ist beschädigt, oder? So. Äh, nein, du nicht. Kein Lose. So. Ich guck mal kurz, wie viel Schaden der Hammer jetzt macht. Macht der Standardschaden? Dann ist er nämlich platt. Nein, der macht keinen Standardschaden. Aber das sollte jetzt reichen. Und tschüss. Das war's mit dich. Ah, verflucht. Da gibt mir mal 31 Sternenpunkte. Sehr geil. Ah, du bist stärker, als ich dachte. Aber das macht gar nichts. Euch für diesen Fall habe ich vorbeuget getroffen. Ja. Was? Schaut gut her. Oh, wo bin ich? Mario. Prinzessin Peach. Wenn ihr euch nur einen Schritt rüber habt, gab es mal eine Prinzessin Peach. Wie abschuldig. Und nehmt das. Natürlich. Mario. Ja, und nochmal. Das vibriert übrigens jedes Mal an der Controller, wenn er den, wenn der Mario trifft. Aber. Mario. Hallo Mario. Sollen wir uns nicht irgendwie verteidigen? Nein. Was tuschelt ihr da? Na gut, ich werde euch den Signatenschuss versetzen. Gefug. Was ist das? Ah. Oh. Bowser. Gah. Bowser. Ah. Was war das? Diese Decke hält aber auch gar nichts aus. Eure Schwerfähigkeit. Ist alles in Ordnung? Wie geil. Ah. Was macht denn ausgerechnet Mario hier? Unsere Prinzessin Peach ist hier. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Aber das ist eine einheitliche Gelegenheit, Mario. Ich werde dich besiegen. Danke, Prinzessin Peach. Und der Schatz mir. Ich fass es nicht. Dieser Bowser hat uns ja gerade noch gefehlt. Ah. Du siehst ein wenig angeschlagen aus, Mario. Heute mache ich dich fertig. Das ist... Was ist der weg? Wie ... Okay. rick ... Gut, der war gerade aus dem Kristall rausgefallen. Ah, das geht aber. Sehr schön. So. E2. So. Roms. Sie fällt rein mit. Kein Schaden. Ja. Hämmer dabei jetzt rein. Was soll das? Ah, ich bin heute mal wieder im Best Farm. Alter, so eure Heißatmigkeit. Okay. Dieser Kampf ist hart. Der Fug. Krieg ich Bowser geschlagen? Ja, krieg ich. Sehr schön. Das war ein Fehler. Ich hab nicht gesehen, was das für ein Pilz war. Ähm. Ähm. Na komm. Wann muss ich denn dies? So. Hey. Natürlich tragen wir jetzt beide, ne? Super. Ich bin schier begeistert. Ähm. Gehen wir da mal ein Dart um raus. Und wenn sie schon heilen kann. Natürlich treffe ich nicht. Nicht. Ah. Ah. Das geht hoch. So. Ich möchte hier auf keinen Fall einen Lebenspilfus verbraten in dem Gebiet hier. Hör auf, den zu heilen. Ist fast wieder voll... Sie ist gerade geflüchtet? Nein, sie hat sich noch einen Besen neu geholt. Na komm. Ich möchte irgendwo, dass sie auf dem Besen... Besen sitzt. Komms. Yes. Dumm. Komm, geh weg da. Kamek, du störst. Sagt Kimmy Cooper. Ich hoffe einfach mal, dass ich wieder zu den Dingen scow. Komms. Schade. Dumm. Noch dummer. Yes. Das ist ein Pilz, der könnt ihr euch werfen. Ein Pilz erhalten. Ähm. So, das hat Schaden gemacht. Und... Und... Dumm. Dumm. Oh, finde ich ganz gut. Ah, Mario. Sehr gut. Auf dich zu heilen. Das ist ein Besen stecken. Nein, das nicht. Keine Dose. Ähm. Natürlich triffst du mich. Ähm. Fuck it's. Fuck it's. Dankeschön. Dumm. Danke. Eine Bombe da vorne explodiert gleich. Das finde ich nicht lustig. Ich hoffe mal, dass es einfach immer trifft. Trifft es auch. Danke. Eure Kampfmütigkeit vergibt mir. Stimmt, der gibt Erfahrungspunkte. Ich denke, ich hoffe, es gibt genug Lebenspunkte. Natürlich trifft jetzt der Letzte wieder, obwohl ich natürlich schon aufgehört hatte. Was zur Hölle? Aber zielgenau, ne? Aber die drei sind durch. Fünf, fünf, vier. Macht aber sieben Schaden mit einer Attacke. Nee. Friss den Pilz. Ich muss mich einmal eine Runde heilen. Bullshit. Jetzt tausche ich Bartam aus. Jawohl. Bartam wird ausgetauscht. Definitiv. Ähm... Hammeher. Das dürftest du kein großes Problem mehr werden. So. Tausch mit... Barbara. Ne, machen wir jetzt eine AP. Mit dem Schattenschlag macht sich auch ziemlich Schaden, dass sie ja die Flamme noch setzt. Sehr gut. Ah. Ah. Yes. Na, komm. Ich vergesse die ganze Zeit das Signal zu machen. Dumm. Ah, ich hatte vergessen. Wie stark der bist, Mario. Dreckskerl. Okay. Ich glaube, da geht noch ein Wackers Kick drauf. Aber noch Mario ist wunderbar. Barbara bitte nutzen. Na, weil das möchte ich nicht riskieren. Wackers Kick. Dankeschön. Indies. Gut, dass ich jemals gesammelt habe. Eieieieiei. Eieieiei. Ganz ehrlich, der Kampf... Finde ich. Bum, bum. Der Gruppmann hatte ein Problem gespeichert. Die... Bubus sind geflohen. Okay. Strange, aber okay. Natürlich. Du wirst auch ausgetauscht, weil ich nicht mehr so viel hasst. Dafür wird der Wein... Ich komme in... Margarina. Margarina. Äh... Oh, hier geht's. So, der hat euch daneben. Der Fug. Der hat euch daneben. Ich gehe schaden. Nicht gut. Hammer. Super. Super. Hier ist gut. Hast du Schaden? Drei Schaden. Okay. Okay. Das dürfte ich schaffen. Okay. Das dürfte ich schaffen. Du musst keine coolen WP haben, ne? Alles für die... Statusdinger rausgehauen. Für die... Bonusfähigkeiten. Los, Schäme. Los, Schäme. Roms. Sehr gut. Bowser, du bist sehr nervig. Weißt du das? So. Und nochmal 32 Sternenpunkte. Und damit noch ein letztes Level Up. Oh yeah. Äh... Ich hab Angst. Okay. Ah. Wie konnte ich noch fliehen? Uh. Das hat... Das hat auch schief gehen können. Aber... Die sind wir los. Gehen wir. Die Präsidentin braucht unsere Hilfe. Die ist weg. Oh. Wo ist denn Grotius? Hm. Ah. Das war jetzt die Stimme von Präsident Peach. Der hat sich verschleppt. Hinter dem Thron. Okay. Ich geh mich heil... Äh. Ich geh mich speichern. Lass mich hier raus. Ich... Möchte speichern. Oh. Hier ist es schon schön ruhig. Ich weiß nicht, ob alle Gefährten dabei geheilt werden. Die speichern. Ich würd mal sagen. Zunächst mal sehen wir uns wieder bei Let's Play Pepper. Mal zur Delegenden von mir. Und wenn wir das Finale machen. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschau Leute.